Naruto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Rogue, zu Part 163 Und jetzt geht es hier weiter Dann gehen wir doch in den Animus zurück schonmal Ach, die sind alle doch nicht so einfach hier in der realen Welt jetzt zu reparkieren Na egal Wollen wir denn jetzt mal Warte mal, wir sind doch schon Wir sind jetzt bei 62 Na ja, habe ich doch gesagt, glaube ich, 62 habe ich doch gesagt Ist egal Ähm Wollen wir mal ganz nach oben fahren damit Ja Nee, 62 haben wir jetzt Und 63 ist der nächste Part Ich habe es jetzt schnell korrigiert, schnell, weil Nicht, dass ich mich jetzt, wenn ich mich versprochen habe, dass es da eine Dinge Hier ein Durcheinander gibt, wer den ganzen mischt hier So Arbeitsplatz So, warte, hab ich nämlich jetzt keine Lust da drauf, mich hier dann Hier rum zu machen hiermit Und ab Nee, den Animus einlocken Warten wir Simulation fortsetzen Ja Hm Hm So, das heißt dann wahrscheinlich Ich weiß nicht, wie ich es hier richtig ist oder das andere da muss ich gucken halt dann mal ich guck erst mal vielleicht muss ich auch gleich ich weiß ja gar nicht wo ich bin gerade ne hier ist es nicht das weiß ich jetzt schon der kapitel steuer dann wollen wir mal so dann müssen wir mal gucken jetzt Das muss ich hier schnell wenden Entweder hier oder bei dem anderen ich weiß es nicht eins von beiden ich muss dann sonst noch mal im internet gucken ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen wo was ist hier und der ganze blödsinn hier ist ich glaube das war es nicht da muss ich gleich wieder in den see stechen war nicht hier weg dann gucke ich mal dort weil irgendwo hier muss es doch sein da brauche ich erst mal die normale karte weil da muss ich gucken weil ich kann es echt nicht versprechen wie wo das jetzt ist das ganze da hat mich der hatten gerade vorhin verwirrt eben aber wir haben es ich glaube entweder hier oder eins oben drüber wort landes muss ich gucken weil irgendwo hier muss das dann sein mit der pistole weil wir die dann nämlich auch noch haben perfekt dann haben wir mindestens die ganzen doch ich glaube hier bin ich richtig hier müsste ich eigentlich richtig sein doch doch ich glaube hier bin ich richtig wenn da oben das ding ist dann müsste ich eigentlich richtig sein ja doch hier bin ich richtig hier hier hin muss ich gucken hier bin ich richtig hier ist das und dann hier perfekt hier ist es hier bin ich jetzt richtig jetzt habe ich eigentlich die zwei pistolen englische ja hier dann komm mal Geil. Oh yeah. Perfekt. Dann haben wir jetzt auch die Pistolen dafür. Das ist super. Hm. Damit eigentlich die Pistolen... Ja genau, hier war es auch. Weil hier sieht man es auch. Weil nämlich hier ist auch diese dämliche Brücke gerade. Hier ist nämlich auch die dreckige... Hier ist auch diese dreckige Brücke gerade. Ich denke, die Franchine haben... Geil. Geil. Ja, komm, Alter. Warum hast du das schon schrecklich durchrein genommen, du Pisser? Sorry, dass ich gerade ausgerastet bin. Sorry gerade eben wegen dem... Aber wenn er die scheiß... grad die scheiß Faust... Wenn er gerade die abgefuckte Faust drin hat gerade... Ich habe vorhin gerade dieses... Doppelangriff gebracht. Und der Zick oder musste gerade jetzt wieder dieses... Da kommt mal her, Freunde. Da kommt mal her, Freunde. Da kommt mal her... Ja, was denn jetzt? Ach, klar! Ich habe Künder gedrückt, du Dörr! Pfff! Wenn die so lahmarschig sind damit... Ja, schön, supi! Ernsthaft, Alter! Wenn hier mit dem Doppelangriff so lahmarschig sind... Na, Alter! Geht doch! Baaam! Alter, nervt mich jetzt nicht, okay? Okay! Ehm! Oh! Doppelangriff Boah! Boah! Guck! Wann? Baaam! 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 Baaam. Baaam! mit E. Jetzt haben wir's ja. Äh, ja. Munitione. Hm, alles voll okay. Wie gemein. Hm. Hm. Okay. Ähm. Ja, ja, ich hab Arnus und Dordorians Waffe gerade hier. Vor allem, ich hab mit Arnus schmack. Come on, you fucking lazybones, catch that man. Come on, let's corner him. komm mal her komm mal her ok tollerhem oder was will du weißt ernsthaft alter ja komm wie ein doppelangst daraus bewirken was solche scheiß Konter und alles von dem Panel schau auf viel Kugeln dazu bringen dass die doppelangreifen die Penner mal rein schau ja ok schau schau komm komm ja stich den doch ab alter einfach komm Leute ernsthaft jetzt hm ja mach komm ja also bam ja zack 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 das war jetzt mit anus schwert so so perfekt dann haben wir jetzt das hier nochmal hm 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 ne bingo so dann gehen wir mal hier rüber so und und los geht's komm komm mach mein freund mach so so jetzt runter hm 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 tot gut dann wenn ich jetzt den Part wir sehen uns im nächsten